So, das war sehr profitabel gerade, ich habe viel gebracht. Oh shit, ich habe es mir schon fast gedacht. Okay, dann schauen wir mal, wir brauchen die Schaukel, du musst das mal da oben wegballern. Zack. Warte mal kurz, kurz die Sachen einsammeln. Vor allem, sobald er seine Spinsen aktiviert, kommen die Sachen erst so, zum Vorschein, weil nur er sie sehen kann wahrscheinlich, das wird der Grund sein. Na toll, sieht aus wie Symbionten schmiere. Ist völlig zufrieden. Na 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 moin. Oh Gott, ich weiß ja nicht, ob die auf Fesselspiele steht. Na komm, wo ist denn das blaue Ding jetzt? Keine Ahnung. Nein, 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 auch das nicht. Geh weg von mir! Oh mein Gott. Oh no. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck! Das ist nicht zu fassen, Alter! Einfach nach oben. Scheiß auf die paar... ...Steinchen. Ich bin einfach nach oben hier. Ich bin weg von mir! Ich bin weg von mir! Welchen, ich bin weg! Nicht, 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 nicht! Oh, wir haben es vielleicht schon! So, die blauen vielleicht noch! Ein bisschen mehr Kommen die mal nach oben jetzt? Leute was ist los? Guck dir das an ey, guck dir das einfach nur an Es ist unfassbar Dass immer nur einer alleine nach oben kommt Warum nicht alle gleichzeitig? Warum kommen die da nicht nach? Oder bleiben mal oben, wenn ich dich schon selber hochbringe Ich versteh das nicht Ja, springt lieber komplett runter Bleib oben, bleib oben, genau Ich will nämlich noch was mit Spider-Man machen Oh ja, dankeschön Nein, sie hätte es machen müssen Shit, shit, shit Wreck hier Wo ist sie denn? Wo ist sie? Ich begreif das nicht Strafft ihr das? Warum springen die denn runter, die kleinen Schlüssel? Die sind kamerascheu, das finde ich ehrlich Ich brauche keine Superkräfte Ich brauche keine Superkräfte, klar Sie sammeln sie nicht Aber sich unsichtbar machen und so weiter Das ist normal, das ist so Ich weiß, dass es keine Superkraft ist, aber trotzdem Normale Menschen können sich auch nicht per Gerät einfach unsichtbar machen Also es ist ja nicht so hilflos, sagen wir mal Was ist hier passiert? Das ganze Labor ist verlassen Speichern Okay, 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 okay Also hier in dem Level haben wir recht schnell True Believer bekommen Nicht 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 Wenn man dieses Wasser nur gefrieren lassen könnte Ja, das ist ja super geil awesome Super geil awesome wäre das Ich weiß nicht mal von welchem Wasser er spricht Ich habe es nicht gesehen Ist es im Tank oder was? Ist da Wasser drin? Da muss Sido bestimmt wieder ran, oder? Ab sofort jedes Mal wenn sie zum Klettern geht Das macht sie einfach Ab sofort Immer sie direkt Achso, 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 ja, 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 warte, warte, warte Wo ist denn der Anfang? Da ist er Ah, jetzt ist er erst angeschlossen Strom wieder hergestellt für Ich kann das sehen, dass sie alle befallen sind, oder so? Die sehen ein bisschen benommen aus Sie sehen ein bisschen benommen aus Oh Gott, ich lasse auch da voll rein, als wäre nichts Ach, das ist Wasser Ah, da ist Wasser auf dem Boden Das ist ganz geil mit dem Multiplikator Das ist ja fast das Als kommen die aus den Wänden Das gibt es doch nicht Somit Nee, schon, wieder Da muss ich doch Fall da doch nicht immer wieder rein. So, die Kisten schieße ich mal ab. Das bringt gar nichts außer Stein, oder? Ich erkenne es, heh. Okay, alles klar. Du gehst schnell auf die andere Seite. Bäm, 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 bäm! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Aua! 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 Was braucht ihr da? Eine riesige Waschmaschine? Jetzt mal ernsthaft, ist das eine Waschmaschine? Das ist eine fette Busbox! Achso, ja klar, hab ich doch direkt erkannt. Oh, scheiße, sorry. Oh mein Gott! Es scheint die Ursache des Problems zu sein. Nein! Okay. Muss ich das mit dem abballern. Das Silberne. Andere Seite auch noch mal. Achso, jeden einzelnen. Alles klar. Nein, doch nicht. Sieh! Die Klammen haben ihnen Angst gemacht. Also, für ein gänzlich legales... ...und komplett harmloses Bürogebäude. Ist es hier wirklich ganz schön eklig. In der Tat. Meinst du, das ist alle? Äh, nein. Ich sehe ihn! Nein! Wie immer schön dich zu sehen, Spider-Man! Was für ein Netzgebühriges Spinnen! Und Spider-Man, der uns ablehnt! Du hast uns ein paar Freunde zum Spielen mitgebracht! Sieh! Das ist Venom. Venom? Sieh! 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 Ha 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 ha! Gebeck! Gebeck! Schnell, 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 bon, 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 bon! Gebeck! Wir speiern dich und führ zu letzt auf, Spider-Man! Wie ist das alles, was du kannst? Wir fangen gerade jetzt an! Oh, shit, 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 shit! Bam! Notmaßnahmen für streng geheime Symbiontenforschung aktiviert. Okay, okay, okay. Okay, das war Nummer 2. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Das ist es! Musstest runterziehen! Komm schon, Spidey! Hawkeye! Du darfst ihn auch noch verdrechen, zuletzt! Der grüne Kobold, los! Ich hätte meine Antikobold-Pfeile einstecken sollen. Legolas! Ha! Kannst du mit den anderen Avengers seine Spur aufnehmen? Ich muss abspülen, Hausaufgaben machen, meiner Freundin erklären, warum ich sie immer und immer wieder im Café versetze. Mein Leben ist ganz schön hart. Das klingt echt übel hart, ja. Spidey, ja. Forsche Forschung. Aber habt ihr den Knaller gehört? Mit Legolas! Unfassbar, unfassbar. Das hat sich echt von den Steinen ganz gut gelohnt. Am Ende wurde das richtig geil mit dem Multiplikator. Aber Stanley haben wir wieder nicht gefunden. Na gut, da gehe ich auch schon wegen jetzt auf die Suche oder so. Schnee, ja. Wiemann! Ja, ja! Ein Trubel-Lever! Alles klar, Leute! Dann würde ich sagen, auch hier mache ich wieder einen Cut. Bietet sich einfach super an nach jedem Level. Und ja, ich hoffe es geht völlig. Wenn es der Fall ist, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wäre super. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare zum Spiel oder so Oder was euch so auffällt Auch immer gern gesehen Ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Haut rein und tschüss